Und nun meine News für Insider und Trendsetter. Jawohl! Fasten your seatbelts, please! It's gonna be a bumpy night! Absolut angesagtes Mode-Special sind Gürtel, und zwar die Schmalspur-Variante. Stimmt, das hatten wir schon mal. Nietengürtel oder die ganz krasse Ecke mit bunten Strasssteinen. Die 80s lassen grüßen. Dafür gebe ich drei gewöhnungsbedürftige Trend-Oscars. Ach, und wenn wir schon in dieser Zeit rumstöbern, dann doch gleich richtig. Gelackte Kurzlederjacken im coolen Motorrad-Style sind extra hip. Am besten in Schockfarben wie Pink, Glanzschwarz oder Lila. Bunte Zeiten mit krassen Stilbrüchen, dafür alles andere als langweilig. Von mir vier Trend-Oscars für die Mischung aus Old Fashion und New Classics. Apropos New, Krypto-Light ist der Hammer-Hingucker auf jeder angesagten Insider-Fete. Ein kleiner Kristallstein, lässig um den Hals gehängt und nie wieder dumm im Dunkel stehen. Denn der Mode-Kick hat ein leuchtendes Innenleben. Dafür gibt's nur zwei goldene Glatzenträger für den Kitsch am Bande. Darauf haben wir schon lange gewartet. Wegwerfen nicht leicht, sondern schön gemacht. Label-Fetischisten aufgepasst. Müllbeutel gibt's jetzt ab 24 Mark im individuellen Design. Muster, Farbe, Größe und Material. Alles super aufeinander abgestimmt. Vier Trend-Oscars. In der Hoffnung, dass künftig der Streit da umgeht, wer den Müll runterbringen darf. Das war's für heute mit Sissis Trend-Oscar-Verleihung. Wir sehen uns wieder. Ciao!